Willkommen zu Ben und Ed Blood Party, jetzt wäre mir der Spielname fast nicht eingefallen, mit mir dabei der Joker. Hallo. Der Anno. Moin. Und der Banause. Hallo. Könntest du auf OK klicken? Wo ist das? Irgendwo. Habt ihr unten was? Start oder so? Shitbag. Ah ok. Bug. Ok dann. Dann ruhig Start. Jetzt ist es ein Bug. Ja ganz frisch drinnen, ist auch ganz neueres Spiel. Wir haben noch überhaupt keine Ahnung. Ach du Scheiße. Und wir müssen dazu viert. Wir sind ja Ben und Ed auch im Singleplayer und jetzt kam so eine Multiplayer-Version raus. So viert. Gegeneinander kämpfen kann. Oh Gott, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Mein Fuß ist weg. Scheiße. Wer hat denn das gemacht? Also ihr seht schon mal, das kann schon mal lustig werden. Gibt es hier kein Auto-Respaw? Ich muss mich daran gewöhnen, dass man immer Enter tun muss. Oh Scheiße, ich bin wieder Rotterdam an der gleichen Stelle. Nein, 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 nein. Mann, oh. Oh Gott. Ich pack nicht durch die Insel. Ähm, wir haben nie Ben und Ed gespielt, also auch nicht dieses Soloplayer-Dingens, wie man wohl unschwer erkennen kann. Ach gar nicht. Aber ich bin immer schon mal durch den ersten Checkpoint. Oh Scheiße, wo ich bin. Nein. Das ist ja voll gemein. Nein, warum fang ich denn raus? Komm, du kannst auch noch, du hast doch noch, noch eine Hüfte. Hallo, ich habe es hinter mir in der Puck. Nein. Oh Gott. Oh, fuck. Gibt es das sowieso einen Key-Count oder darf man den selber basteln? Ich glaube, du hast es richtig eben eingestellt, dass wir nur 10 Tote haben. Alter, wollt ihr mich auf den Arm nehmen oder was? Banause, wie hast du das hier durchgeschafft? Scheiße. Du bist ja durch. Nein. Oh nein, 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 nein. Ich bin zu doof, geradeaus zu laufen, also. Ja. Ich folge zu unfählich. Na? Mach das lieber nicht, okay. Ah! Ich folge mir nicht, ich bin zu unfählich, geradeaus zu laufen. Ich bin zu unfählich, geradeaus zu laufen. You are out. Na, dann kann ich mir mal den Banausen anschauen. Oh Gott. Okay, der ist auch zu unfählich zum geradeaus laufen. Hallo! Das ist doch so abzuschätzen hier. Ach, rechst du die Jockel. Au. Au. Was? Der hat es echt geschafft? Ich habe nur noch zwei Leben. Wir spielen übrigens gerade die Easy-Version. Ja. Na, hat man gemerkt. Nein. Ich bin ein bisschen ganz roh. Oh. Anno is out. Oh. Ja, gratuliere, ihr beiden. Eins. Okay. Selbe nochmal, oder? Anderes. Ich würde sagen, andere Mal, oder? War mal was Neues, oder? Curved Mayhem ist die nächste. Einmal rumgelen. Der Jockel hat derweil die meisten Punkte, oder? Die Frage, was sollen wir dann mitzählen? Oh. Ah, aber ich dachte, du hast mich abgedreht. Toll. Kale. Easy. Das war knapp. Das war knapp. das ist wie Gott von Mario. Geil! Scheiße! Ficken! Ja, einer da runtergesprungen, sehr schön. Da war ich nur noch ein Gea hier. Oh, das war knapp. Oh, Arno. Das ist doch Schmerz aber auch. Oh Gott, ist das fies. Oh, ist das gemein. Oh, ich hab den Fuß voll auf. Boah, ist das böse. Hey, was ist mit deinem Kopf da? Ich humpel hier rum. Nein, genau, weil... Ich spring genau rein in die Mitte. Wieso, was? Das stinkt. Nein, und da ist ja noch ein Abgrund. Ja, wirklich, der ist voll fies, der zweite Abgrund, oder? Ja. Ja. Mein Kopf überlebt. Ja. Gib alles Kopf. Ja, keine Denksportaufgabe. Mein linker, der Fuss ist weg. Das ist eigentlich voll praktisch. Voll easy mit dem Kopf. Lalalala. 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 Oh Gott, jetzt hat sich mein... Beinkopf jetzt abschaut. Boah, ist das leicht mit dem Kopf. Es darf nur kein Spring. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt kann ich eine Sprengaufgabe. Oh, lecker ein bisschen. Oh, aua. Ich habe ein Standbild. Ja. Echt? Ja. Ich habe ein Standbild. Oh, guter Sound. Ah, jetzt tut sich wieder was. So, finde ich. Die Zeit läuft noch wirklich weiter bei mir. Ah, Gott. Okay. Lalalala. Ja, das ist spannend. Oh, 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 oh. Ja, ich habe fünf Sekunden Sprünge. Hallo, Jockel. Ich auch. Äh, ja. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Auch nicht. Äh, so weiß ich nicht, wo ich bin in fünf Sekunden. in Zukunft. Hä? Ah, ah. Ganz komisch. Mal kurz mal ein bisschen mehr Frames als einer. Wahrscheinlich. Alle fünf Sekunden. Ah, drück mal Enter. Ah, jetzt. Jetzt. Ah. Geht es wieder bei euch? Ja. Ja, gerade. Oh Gott. Eins, zwei, drei. Nein! Oh. Scheiße. Nein! 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 Schwert! Hilfe! Jetzt sag! Aua! Nein, 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 nein. Boah! Ah! Ah! Das ist so frech hier. Diese Geräusche. Kann ich dich hauen? Nein! Ja, aber Anno, du hast ein Bein verloren. Nein, wieso bleib ich denn da stehen? Beschmeiß ihn. Ich hab den U-Teil abgefallen. Ich hab den U-Teil abgefallen. Hä? Hä? Ey, hier fliegt grad ein Stuhl. Jaja, du kannst ja die Leute beschmeißen, wenn die zukommt. Oh. Nein! Ist das gemein. Ist das gemein, ey. Oh, ist das fies. Das wirften hier ein dauerndes. Das irritiert einen ja voll. Ja, das war's. So, mein letztes Leben. Ich würd's, glaub ich, schaffen mal wieder. Ja, sag ich ja. Dank. Ja. Ja. Ja, wieder mit dem Kompi unter dem Weg. Ja, ich geh mal weg. Ja, ich bin ein Idiot, ey. Ja, ich bin ein Idiot, ey. Boah. Erkennst du das? Das ist voll schwer zu erkennen für mich. Was denn? Oh. Oh. Gott. Ah, du wirst hier so schlecht. Aha. Oh, ne. Ah. Okay. Funbox 2000. Nächster Level. Oh, die hörst du ja ohne. Alter, ich glaub wir sind mit dem Spiel durch in der ersten Folge. Ich kann das sein. Ah. Ach, diese Begrüßung. Oh, 15 Leben. Spricht schon mal nach dem Spiel im Air-Level. Ja, im Air-Leben machen. Oh Gott, was? Nein, schon die Musik. Wer geht zuerst ab? Alter, aber genauso wie machst du das? Ist doch total easy, hallo. Hau ab, du. Kommst du her? Wenn man geradeaus laufen kann, ist es... Okay. Oh mein Gott, was? Boah, bin ich blöd manchmal, ehrlich. Warst du damals gut in Jump and Runs? Früher ja. Ah. Okay. Wuh. Wuh. Hast du uns einen Vorteil gegenüber quasi? Au. Au. Au, au. Nein, 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 nein. Wir ab, oder was? Ah. Na. Na. Guck mal da an, der cheatet. Ach, Mann. Der Anno, ey. Oh, ich zeige dir, wie das geht. Oh. Oh. Hallo, Toka. Ah. Ah. Au. Ach, Scheiße. Nein. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ich höre noch. Bong, Bong, Bong. Au. Das ist ein Drittel meines Lebens weg. Ach, Mann. Er springt aber auch nie in dem Moment, wenn ich ihn eigentlich brauche. Nein. Du Fickhammer, ehrlich. Ich hasse diese blöden Löcher. Ich mache mal was. Du musst über die Stangen springen. Ah. Nein. 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 Sprich auf. Ich hab schon gesagt, dass ich diese Löcher hasse. Oh. Toll. Sie sind so schwer zu erkennen. Ey, die Waffen. Jawoll. Komm. Nein. Ach. Oh Gott. Andere Richtung. Okay, Andere Richtung ist besser. Nein, du Sack. Blöder, Alter. Nein. Oh. Oh. Nichts. Ich hab nicht mehr genug. Von den dicken Hammerl. Na, das war wohl nix, man. Jo. So. Oh, come on. Eieieiei Ah! Fass dich auch gut! No! No! Jo! Oh, schön! Au! Nein! Nein! Mach dir das! Nein! Fail! Also, jump in die Wand, dass ich mich freiwillig überhaupt für sowas gemeldet habe, ja? Nein! Nein! Ah, den Hammer! Oh! Oh! Boah, hab ich jetzt Glück gehabt! Oh nein! Oh Gott, ich hab jetzt nur noch eins! Oh! Ich hab meine Füße verloren! Egal! Ich kann doch krabbeln! Okay, jetzt nicht mehr! Oh Gott, was! Ich bin am Arsch! Ich schmeiß gleich meinen Kopf unter die Südie! Ach du Scheiße! Ich bin so warm, ey! Oh Gott! Hi! Hallo! Hallo! Ich hab nur noch ein Leben, ich trau mich noch nicht! Oh! 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 Was ist denn mit dem Kackschwert hier? Das ist sogar... Aua! Hör auf! Weg auf! Weg auf! Oh Gott! Komm, komm, komm! Ach komm! Ernsthaft? Oh Mann! Hör auf! Oh, ist das Kopfarbeit! Ist das Kopfarbeit! Mann ist das Kopf-lastig! Hör auf! Hör auf! Keine Ahnung wie das macht! Okay, es geht was denn davon ab, ey! Ja, kein... Nein! Ach du musst du letztes Überleben auch noch, okay. So was haben wir denn gehabt machen? An der Stelle? Nach 14 Minuten? Okay. Kurze Folge. Oder machen wir noch eine? Na komm. Machen wir noch eine. Mach mal Captain Streaky's World, Fun, Fun World. Gibt ja auch so Sachen wo du dich verkloppen musst und so was. Gibt's ja auch noch. Was? Ja, es gibt noch Maps, da muss ich gegenseitig verkloppen mit dem Motor sägen und so was. Koop. Unendliche Leben? Reach the goal together. Reach what? Man muss zusammen das schaffen. Oh ja, das ist nix für uns. Messer. Heiß. Huh. Kann ich euch reinschubsen? Nee. Das war nix. Was? Was? Ich werde ne Hammer. Ich werde Zeitmaß. Hnwöööööööööööööööö. Oh ich brenne! Äh, man muss doch nicht jetzt ernsthaft... More meat. Äh, hab schon. Da darf man nicht durch an, oder? Achso. Ja. Hä, und wie kommt man jetzt runter? Wie seid denn ihr da drüber gekommen? Einfach runterspringen. Da muss ich rinspringen. Ach, von der Seite runterspringen. Achso. Dann hier auf dem Klotz, die genau aussieht... Ah! Messer! Aua! Au! Oh, Messer! Au! Au! Oh, Gott! Kann man die Gabel mitnehmen? Oh! Nein! Ah, ich bin noch ein Kopf! Ich bin noch wieder so ein Kopf! Das hört aber deine Teilung mehrfach hier irgendwie, oder? Oh, was ist das? Nein! Nein! Oh, Alter! Du hat gemitzelt auch. Nein! Nein! Oh, jetzt tut das doch weh! Au! 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 Ah, ich frage durch! Aha! Nein! Ist das ein Gesplatter hier! Lebt irgendeine Gehirnzeile noch vor mir? Oh, shit! Hey! Nein! Ich bin in Darth Vader totgestorben. Ohne Körper, ohne Beine, aber es brannt. Ohne Körper, warum geht das denn noch weiter nach oben? Wie sagt ihr das heute schon immer? Ich bin echt nicht gut für solche Spiele! Das ist ja das... Ah! Ja! Nein! Ach, Mann! Oh, ist das fies! Mann! Ist das fies! Was? Oh, ich kann noch als eine Gehirnhälfte! Überm Bodenschleim! Oh! 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 Ich bin unten los! Ich weiß es, wenn ihr es sich wahrscheinlich vorstellt. Oh, ich brenne! Ne, durch den Jackpot! Der App ist, wir flieher auch, die Lecke fängt wieder an! Der auch wieder... Nein! Oh! Ich hab' im Brandbild! Was ist, wenn ihr wieder auf Enter drückt? Na, jetzt gehts ja. Der Herr Tiktiker! Jetzt wieder! Okay! Man muss ja auch dazu sagen, ne? Early Access und so, haben wir noch gar nicht erwähnt! Man muss mal ganz kurz irgendwie, weil... Ist das Early Access? Okay! Ja! Ist ne beta! Kaum was verändert Huio! Mann, schwing dich doch da rüber, du Stimper! Wo bleiben die anderen beiden? Ich bin noch... Mein Gott! Oh Gott sei Dank, jetzt kann ich verbrennen. Ich hab das total hier geschafft. Ach jetzt kannst du doch nicht verbrennen. Da brennt der Anno. Das letzte Jump and Run, was ich gespielt hab, war... Magiker, wenn du so das Jump and Run zählst. Naja, eigentlich Trine. Trine ist mehr so Jump and Run. Damals in meiner Kindheit hab ich viel Commander Keen gespielt. Da müssen wir mit zwei Mann drauf, okay. Wie war's bei euch so? Der erste Jump and Run, was ich je gespielt war Pitfall. Auf dem Atari. Oh Gott, wo muss ich... Ich muss doch nicht wieder meine Messer... Nee, Gott sei Dank. Pitfall, oder was? Pitfall auf dem Atari, früher. Okay. Ach man, schon wieder. Das war das erste Jump and Run und dann halt die üblichen Super Mario und... Das hab ich nie gespielt, weil ich nie so ne... Ähm... Giant Assisters... Wonder Boy, wie sie auch immer alle heißen, früher. Ah! Aber ich hab eigentlich ewig keine Jump and Runs mehr gespielt mit... mhm... Tito... Weil eigentlich... Jump and Runs an sich ist nicht so meins. Also der Genre an sich. Also normale Jump and Run-Spiele, also die wirklich nur darauf ausgelegt sind, ist nicht so meins, tatsächlich. Das hat wirklich voll auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit geht, das ist auch nicht so meins. Ich bin mehr so der entspannte Gamer. Ich glaub der Name Anno sagt aber mir schon einiges aus, was wir schütteln. Das ist ja schon... Los Jungs, der macht den, ne? So lustig. Ich komm hier nicht weiter, wie komm ich denn hier rüber? Was ist denn da? Was bist denn du? Den, 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 den... Das sieht ja geil aus, wenn der läuft. Wuii! Ich raff auch nicht, was hier sein soll. Einer... Vor allem das, weil... Nein! Also wenn das ja im realen Leben gehen würde, ne? Also das ist schon lustig. Ach, das geht doch. Paralympics, äh, go! Ne, komm, das ist makaber. Ja, da muss man den Kopf werfen wahrscheinlich. Äh, brauche ich hier zwei? Bei der einen Platte? Wenn da zwei Männchen drauf sind, ja. Album machen wir hier nicht. Ähm... Warte. Kann ich den Kopf werfen? Ne, wir setzen wieder auf. Sieht besser aus. Danke. Das Kottchen ist ja direkt auf dem Tisch in der Mitte. Und wartet bestimmt auf uns. Wer will uns fressen? Lala, hallo Anno. Na, schau, easy. Oje, Fleischwolf. Äh... Was passiert, wenn man hier weiterhäht? Eigentlich geht's ja noch weiter. Ich hab wahrscheinlich den Auto falsch gesagt. Lalalala, lala... Äh, kann ich noch zurück? Das ist eine gute Frage, ja. Ernsthaft? Ach, da kannst du die abholen. Ha! Okay, nicht geschafft. Du kannst die abholen, dann kannst du die Tür aufmachen. auch nur an betiven gut eigentlich.- zusammen durchschaffen jumel Ich lebe noch. Ihr könnt da langen, über die Plattform links. Links oder geradeaus? Ihr könnt links über die Plattform, die Tür ist auf hier. Seid ihr schon im Ziel? Ah ne, da sitzt ihr. Hallo? Ja, wir sind schon im Ziel gewesen, klar. Warte auf mich, Jocker. Ich gehe auch ganz entspannt die Treppe hoch. Meine Beine abspasten. Aber du hast dieses bei euch. Get your friends. Ich hab mal überlebt und mitgespielt. Ja gut, war nur unendlich Leben. Zehnmal bist ihr gestorben. Sechzehn. Oh man. Na sehr schön. Na gut, na dann war's. Für den Part. Dann schaut jetzt auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Die Kandidaten sind in der Videobeschreibung. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gut mal bekommen diese Kandidaten. Vielen Dank.